der sagt einfach ja so als wäre das nichts warum tut er das war das kann warum kann er das so was kann ich denn eigentlich ich könnte machen ja das könnte ich machen er kommt immer die märme wenig ach du hast du hast schon die anbindung als mehr okay ich bin an der küste ach ja gut du bist amerika ja das überlasse ich dann die die ecke wir müssen uns ja auch grenzen abstecken damit das nicht so grenzdebil endet ich muss warten bis der vulkan aufwärts da zu speien ist ihm schlecht weiter er hat mir also ganz ehrlich da geht mit dem musste man per takte reden genau ja hoffentlich auch so geht das nicht weiter oder auch deine stadt getroffen und das sollte ich vielleicht mal machen war jetzt habe ich sieben zu vergeben wer möchte ich glaube ich habe neun zu vergeben wer will ich brauch sieben black und ich teilen uns die mhm 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 also äh leude heude leude 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 ja bitte warten anfrage wird bearbeitet kein einschluss hat dieser nummer so du springst die runde dann muss ich noch mal kurz durch gucken was sind das hier alles ich habe schon wieder einen stadtstall getroffen neuer stadtstadt quest ja ja erste ausrichtung da ja okay 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 ja 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 mhm 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 okay juhu schön Okay. auch gut nicht so gut das ist jetzt nicht so optimal gelaufen das ist gut ohne da gibt es schon der schatten reagier religion sowas sie hat verstummen schatten religion genannt wer wird das wohl gewesen sein was kann denn die religion ja die nimmst du kann ich hier keine münche bauen die fiktik haben ein bisschen denunziert was will sie von mir ich bin ein erklärter freund ihres feindes so ist das leute so ist das ich mach mal urlaub am meer ja mach das du auch ja au die barbaren hauen meine aua ist zweimal dreimal nein zweimal reicht nehme ich den mal ein bisschen zurück gehe mit dem ein bisschen vor mach den mal ein bisschen fertig heil den mal ein bisschen rum mach hier mal ein bisschen ich hab nur nicht ein einziges dorf entdeckt ne ich hab ein einziges dorf entdeckt ich hatte auch eins ich hätte zwei stammesdörfer ich hatte ein zwei oder drei letzte schau genau nochmal alles durcheinander hier guck mal ob das geht geht tut alles okay nun meine freunde würde ich doch mal sagen das pferd es zieht den wagen pferd zieht den wagen ja so lass mich nicht verklagen der wagen zieht das her ne ja ja was denn jetzt ne ja irgendwas dazwischen ja ich hab das gefühl ich sollte mal ein bisschen militär ein kleinbutter militär sag mal dark hier ist einer hattest du mit der namensbeschreibung deiner neuen stadt bis hin an eine beile gehabt ich muss ihn auch umbenennen meinst du harry harry yala ja das ist eine normale gemäherstadt was willst du pferikles versuch dich nicht bei mir einzuschleimen ich hätte 13 punkte zu vergeben wer möchte ich nehme 10 immer noch übrigens ich dachte ich habe jedenfalls oh freundschaft schon wieder abgelaufen war das müssen wir gleich ändern geht so nicht warum läuft die freundschaft immer ab wir sind doch ewige freunde ich weiß nicht ich habe langsam das gefühl du lässt sie einfach immer ablaufen sag das doch dem spiel spiel warum lässt du freundschaft immer ablaufen ich wurde gewarnt warum warnt mich naja wer sonst ich wurde angegriffen ich wurde angegriffen ich wurde angegriffen immer wenn ich angegriffen warum greift mich immer an mehr wohnraum benötigt ja was hast du erwartet was hast denn du erwartet wohnraum genauer gesagt mehr jetzt bin ich beim überlegen beim überlegen ja ich bin überlegen so sah es aus im augen geschmaß jetzt runde lassen wir so wird schon passen und wenn nicht ja dann nicht mehr hat in christina platz für die große bibliothek geschaffen warum macht die christine sowas eigentlich das heißt christin christin die christin kriegt die denn das hin weiß ich noch nicht müssen wir mal gucken wäre übrigens das erste mal dass ich den dass ich das kriegen würde aber ich glaube ist das schneller als ich wenn ich das baue dann wahrscheinlich sowas haben wir hier schon wieder ich wurde angegriffen natürlich wurde ich angegriffen ich wurde auch hier angegriffen das ist klar ist egal schäfie hast du schon wieder getan was ja ich sehe das hätte ich kein geld hat ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht aha wenn ich in irgendeiner kriegskleiter steckt versteckt im krieg äh hedwig und oh am krieg wenn du hilfe brauchst sag bescheid ja 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 Dieser böse NPC ist bestimmt Mundi. Der spielt nur so. Lilly, das ist Mundi. Garantiert. Wahrscheinlich. Nur er würde sowas tun. Lalalalalala. Lilly braucht etwas länger. Aus Gründen. Die will nicht verstehen. Doch, ich verstehe sie. Voll und ganz. Man soll nicht lügen. Doch, doch. Ich verstehe sie. Und ich verstehe auch, warum ich mal... Darf man nicht sagen. Doch, darf ich schon. Ich darf alles sagen. Außer böse Menschen. Dann zieht ein Sturm bei Dark durch. Jojoa, alles gut. Dark muss durch den Monsoon. Hinter die Welt. Der Nebel. Aber wenn er es überlebt, dann verdient er da Geld. Bist du in mein Schild? Darkie ist unser Held. Mein Schwertkampfer ist eigentlich gleich mal wieder full life. Also, ich weiß ja, dass bei Baren nervig sind. Aber so? Ja. Genau so. Ja. Das sind sogenannte Nervbaren. Ja, die geschenkte. Nervige Nervbaren? Ja. Nervologen. Um genau zu sein. Von der Firma her. Nerv, die diese Wasserspritzen herstellt. Ah. Sehr schön bin ich. Sehr schön. So. Nehmen wir das mal langsam. Dann würde ich sagen, würden ich sagen, dass wir sagen, was wir sagen könnten. Ist das so? Ja. Das ist eine Aussage, die aussagentechnisch aussageschrächtig ist. Genau. Oh, endlich. So, Kollegen. Ich sollte aber vielleicht mal irgendwie... Ist das sagenhaft hier? Mhm. Sagte ich doch. Guck, wir brauchen mal langsam. Ah, vielleicht kann ich... Nein, kann ich vielleicht. Ein Freude hat das aber, dass ich nicht an der Küste bin. Was? Ich muss mir nicht über Schärmung aus dem Bau gemacht. Ach so, was. Was? Klimawandel. Ja. Ja, genau. Ich muss gleich mal dies... Ach, entschuldigt, bitte. Es ist unterteilt. Es ist unterteilt. Ich wollte euch nur vorwarnen. Alarm. Genau. Alarm. 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 So, ähm... Ja, genau. Was wollte ich... Ach so. So. Haben wir. Dann könnten wir... Ich habe gerade einen Händler von Steffi zu mir. Ja. Das ist natürlich möglich. Siegen Goldhandels, wir sag ich nicht nein zu. Was beschwerst du dich, Daki? Hauptsache Händler und nichts anderes. Ja, du, ich sehe das nur, weil er gerade ein Weg entsteht. Das ist die taktische Straße. Ach so. Ach so, das ist die taktische Straße. Ich glaube, ich muss da eine Truppenversammlung an... eine Truppenübung abhalten. So. Ja, dauert gerade ein bisschen. Hm, hm, hm. Mach mal so. Wie findet ihr eigentlich so die Kulturbaum, dass wir alles forschen müssen, um zum Unterhaltungskomplex zu kommen? Schön, ne? Ja. Ordentlich durcheinander gewürfelt. Ich brauchst mal. Ja. So würfelt es sich am besten. Ich hab 83 diplomatische Kunst. Und ihr so? Äh, nö. Äh, ich hab so 14. Ich bin sehr diplomatisch. Guck mal, so diplomatisch bin ich unterwegs. So friedlich. Jetzt fangen sie hinterher alle. Hm, 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 hm. Ey, du bist so diplomatisch unterwegs, weil wir kein... weil wir... damit du andere KIs überzeugen kannst, uns anzugreifen. Ja, genau. Das wird dein einziger Grund sein. Das war so, ich mein' ich, so schlau ist die KI nicht. Das sagen sie hinterher alle. Ja, aber du... Aber man kann doch den Kroll gegenüber anderen durch solche Abstimmungen erhöhen. Und das Ganze doch einfach mit uns machen. Hm. Ja, aber ich hätte keinen Grund dazu. Und dann kann halt... Auslösung? Mal, solange ihr mir nix tut. Ja, das sagst du jetzt. Ja, auslösung ist schwierig, wenn man pro KEEG nur zwei Städte nehmen darf. Du hast mehr als pro KEEG Städte. Ich hab mehr als zwei Städte, ja. Weiß ich, du hast mindestens drei. Vielleicht auch 18. Frag ja nur. Hm, 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 hm. Äh, dumme Verheilung. Äh, du gehst mal wieder zurück. Du knallst diesen blöden Speer weg. Was hat der blöde Speer dir denn getan? Er ist da. Er hat mich angegriffen, tatsächlich. Oh, dahinter steht noch... Du kommst dann wieder zurück. Zurück. So, du solltest vielleicht mal... Tun etwas. Na, wobei, noch ist das nicht nötig, denke ich. Äh, deswegen tun wir... Das, genau. Nach fünf Runden im Zeitalter. Hui. Äh, ich hol mir mal kurz ein paar Taschentücher. Bin gleich wieder da. Und zwar kann er mit Kabul.